so und herzlich willkommen zurück zu let's play samanmara partnummer 32 und ja ich würde sagen wir werden jetzt mit diesen ganzen leuten quatschen akila aban akaji und werden das treffen vorbereiten was wir brauchen für werden das piratenkapitäns treffen vorbereiten ich gehe jetzt erstmal zu akaji dann zu akila und dann zu aban und guck mal was die so haben wollen da bin ich mal gespannt vielleicht kriegen wir noch eine bessere hacke die frage ist nur von wem kriegen wir sie so akila mein lieber ich habe etwas für dich es ist von deiner nichte aber du hast dich also wie regatta dem piratenleben verschworen sie wird es noch weit bringen das freut mich für dich nein darum geht es nicht sie hat mich um einen gefallen gebeten sie ist eine bezaubernde junge dame findest du nicht aus mir unbekannten bekannten gründen ist sie von zu hause weggelaufen ich werde nie verstehen warum aber du du bist eine lied und bist du auch böse sowie die leute auf den bohr inseln ich glaube nicht dass jemand von natur aus böse sein kann auch wenn die elitze uns alle etwas ähnlich sehen ich bin jedenfalls nicht an ihren geschäften interessiert oder daran was sie tun oder nicht tun würdest du uns helfen sie zu besiegen das interessiert mich ebenfalls nicht mach mit ihnen was immer du für richtig hältst aber ich habe ich habe mich aus gutem grund hier zurückgezogen warum wollen alle erwachsene immer nur allein sein nur die die verletzt wurden hier nimm diese münzen hattest du nicht noch was vor stimmt sie warten auf mich an der verbotenen felsklippe elit uniform fahrt zur verbotenen felsklippe und trefft dich mit den piraten maras okay jetzt haben wir alle kleidung super ist das die eliten nein das ist die elit rüstung kleidung ok aber da ich mich mit den piraten treffen nämlich das piraten outfit wunderbar wir haben jetzt alle outfits freigeschaltet super jetzt will ich noch mit der katja quatschen und dann würde ich sagen nochmals gibt ja noch eine kirche zu essen die hat nämlich in der letzten seite so viel pommes und so ein kram gegessen das ist nicht gut auf dauer also muss die kohle jetzt von mir ein bisschen gemüse und früchte kriegen ich habe eine bitte aber es ist mir etwas peinlich ich brauche etwas papier ich weiß wie man papier herstellt ich bringe sofort welches willst du nicht einmal wissen wofür ich es brauche es ist unhöflich neugierig zu sein trotzdem platz so fast vor neugier oder ja ich wusste es kannst du mir bitte außerdem noch eine flasche bringen aber natürlich kommt sofort so warte mal papier kann ich doch herstellen da brauche ich nicht brauche ich nicht viel für hier hast du das papier sagt mir jetzt was du damit machen willst nein aber ich vertraue dir noch eine aufgabe an einen moment mein brief ist fertig hört so es gibt eine ganz besondere insel mit einer riesigen höhle nimm diesen brief geht zu dieser höhle und hänge die flasche neben allen anderen auf was ist eine insel so besonders die legenden nach trafen sich in dieser höhle einst ein guido pirat und eine matrosin zum ersten mal und sie verliebten sich ineinander schnell wurde ihnen jedoch klar dass ihre familien ihre beziehung niemals gutheißen würden deswegen entschlossen sie sich in diese höhle gegenseitig nachrichten zu hinterlassen keine wirklich originelle geschichte aber es trotzdem schön zu glauben dass es war es oder was ist aus ihnen geworden sie sind eines tages gemeinsam geflohen niemand geflohen niemand hat sie wieder gesehen ich mag die geschichte ich kümmere mich darum akati vielen dank liebes brief aha interessant so akila und awan ich doch noch mal mit akila sprechen okay gut so soll mir recht sein je mehr aufgaben ich von den jungs und mädels bekomme desto mehr desto schneller werde ich meine aufgaben gerecht werden da du gerade hier bist regatta hat mich gefragt ob du ihr helfen könntest sie sucht im moment mitten im meer nach einem schatz aber sie hat die karte verloren die ich hier gegeben habe glücklicherweise bewahre ich von allem immer eine kopie aufgibt nimmt nimmt die kopie der karte schlüssel eine schatzsuche ich verstehe ok so jetzt noch mit awan sprechen und dann habe ich ja einiges zu tun also man wird hier also langweilig wird sie echt nicht also während dayland wo man sagen kann okay dann wird schon so ein bisschen langweilig und ein bisschen öde das kann ich durchaus nachvollziehen wenn das jemand sagt aber ich muss sagen bei sommer und mara sieht das durchaus anders aus da habe ich jetzt nicht so das gefühl dass es relativ langweilig wird weil du kriegst immer neue aufgaben du musst ständig was hin und her schicken du kriegst was neues zu entdecken das ist nicht schlecht ich muss sich um einen gefallen bitten du solltest dich doch ausruhen ja ja aber akaji hat mich gebeten ihr eine schachtel an korischer pralinen zu bringen und sie scheint es eilig zu haben akaji möchte pralinen von dir hier bringe diese pralinen kann sein dass ihr akaji in aug auf irgendeinen dieser piraten geworfen hat lass mich raten die pralinen müssen auch irgendwo hinbringen das wird interessant das wird wirklich interessant also die koa braucht ein bisschen ausdauer man der kleine ist ganz schön fix unterwegs ich weiß nicht was die von der koa alle wollen ich meine ich finde das super natürlich ist ganz goldig wenn die so ein kleines eichhörnchen folgt aber über die gesamte insel finde ich dann schon ein bisschen gruselig ah koa du bist es hast du vor diese pralinen ganz alleine auf zu essen nein okay das sind nämlich keine schön viele stimmt na dann lass sie dir schmecken ok alles klar gut ich weiß auf jeden fall wann ich die letzte aufgabe aufgelöst abgelassen habe weil dann gibt es nämlich ein erfolg dementsprechend muss ich da jetzt nicht großartig gucken wie wo was her ist so wir haben jetzt einiges zu tun müssen in die poni höhle müssen die briefe abgeben ok das ist ellnummer 1 ähm nummer 2 ist wir müssen die schatzkarte der regatta geben dann kriegen wir auch hin und dann müssen wir zum verbotenen felsen zum piraten treffen ok das bedeutet wir haben einiges vor sprich mit aber für den nächsten auftrag wenn ich schon hier bin aber wie geht es dir gut ich bin sehr beschäftigt ich habe nicht sehr viel zeit gut genau darüber wollten mai und ich mit ihr reden und du brauchst unbedingt eine pause aber diesmal eine richtige es ist nicht gut für dich so viel zu kochen so ein unsinn das kochen liegt mir im blut aber du wirst andauernd krank das ist nichts ernstes hör zu du wirst dich mit taker an freunden und mit ihnen zusammenarbeiten dann kannst du dich endlich ausruhen anstatt die ganze zeit gegen ihn anzukämpfen niemals doch ich gehe jetzt in die küche er ist anscheinend nicht bereit zur vernunft zu kommen hier bring dieses gericht zu taker und wir schauen was passiert ist schon gut möge mara entscheiden alles klar na da bin ich mal gespannt haben wir taker nicht fertig gemacht naja der awan ist so ein typischer sturkopf taker ich habe was für dich es ist eine gerichte aus awans restaurant ich bin nicht interessiert aber ansagt du bist ein leister koch ich möchte gern wissen was du von diesem salat hältst und was noch dass du die inspirationsquelle für das rezept hast bist du das so mal sehen oh nein ich kann tatsächlich einige einflüsse meines stilts erkennen das ist ein ziemlich gelungenes gericht also vielleicht könnt ihr beide zusammen ich habe schon einmal gesagt dass es eine verrückte idee ist lass mich in ruhe ich muss mich ums geschäft kümmern na gut muss noch mit abern sprechen kriege ich aber hin das kriegen auf jeden fall hin das ist überhaupt gar kein problem diese beiden sturköpfe da du jetzt schon mal hier bist warum kommen wir nicht gemeinsam sehr gerne hallo partner was machst du hier ich habe deine fallita gekostet und und ich habe deine muscheln in weißwein wie hast du welche von mir gestohlen nein koa hat sie mir gebracht gib es zu aber du fandest sie köstlich also ich sie sind wirklich nicht schlecht warum arbeitet ihr nicht zusammen ihr könnt ihr könntet rezepte austauschen euch gegenseitig helfen unterstützen anstatt euch zu bekämpfen ich weiß nicht so recht guido sind alles etwas komisch angst sind genauso komisch hey warum kocht ihr nicht etwas gemeinsam und lass dann andere leute probieren was denn lachs lachs ist in ordnung schätze ich gebacken ich finde sushi besser ich bringe die sofort ein paar lachse na gut hammer habt ihr doch gesagt dass du sie wenn du wenn du das so schneidest trocknet es aus und fügt etwas zitrone hinzu lass mich mal sehen aber das ist die beste art es zu schnell zu zerschneiden schaut euch mal die lachse an sie sind wirklich frisch hoffentlich ruiniert sie aber nicht immer mit der ruhe vertrauen wir einfach gibt mir die reißbällchen das ist alles beinahe die zitrone verleiht dem ganzen etwas will ein wirklich tolles aroma hier verteilt ist an wen du willst sushi wunderbar so muss ich da noch irgendwas machen verteilt das neue gericht von avan und tack an die bewohner von quelles ok an wen muss ich das jetzt geben an wen na gut vielleicht muss ich das irgendwie vielleicht kann ich das edigan geben raus mit ihr kennt ok drecksack ich mag den edigan nicht das sind das ist ein drecksack dann richtig eingebildeter fatzke ist nicht so super ist nicht nett ich kann mal gucken vielleicht mag der akila das so wollen wir mal schauen ich habe ein neues gericht für dich dabei diesmal etwas möglich ist vorzüglich ich weiß nicht was du daran verändert hast aber es ist wirklich köstlich wunderbar super jetzt zeige ich das mal der akati ja so schießt nicht schlecht das ist lecker die akati mag also gehört nicht zu den befunden ich finde es komisch mal gucken vielleicht kann ich dir saimi was bringen es freut mich dich zu sehen ich bringe dir was ich liebe diese kartoffeln sie sind perfekt das ist sushi na gut hinterfragen wir das nicht so ich glaube jetzt muss ich zu dem marktfrauen gehen ich weiß nicht ob und so sich zu den bewohnern von quillis einreit kann es auf jeden fall nicht solchen leuten das geben sondern nur den menschen mit denen du auch handeln und sprechen kannst na gut hier kann ich nur handeln hier kann ich nur handeln ich habe das gericht von a bahn für dich mitgebracht oh das ist wirklich lecker ich werde mich persönlich bei ihm bedanken super und so ich habe sich für dich dabei auch wie toll super da und so der mark fisch das war mir klar so jetzt noch da unten die beiden vielleicht und dann müsste das eigentlich gegessen sein so kaleb beeil dich bitte erinnere mich daran die einmal davon zu erzählen okay muss ich das bram auch zeigen ich bin mir bei bram nicht sicher die einzigen die mir noch einfallen würden wären bram mario und die beiden eigentlich kommt vorbei wenn du eins meiner gerichte probieren willst muss mich ums geschäft kümmern glaube nicht dass die moon das haben will wie sie von der insel der ruhe auf vier her kommt ich weiß es nicht ganz eine schicke insel schicke insel hast du hier dankeschön ach die moon so an wen kann ich denn noch verteilen da oben na popo will davon bestimmt nichts haben hast du auf deinen reisen auch immer piraten getroffen natürlich ich bin mit lizio befreundet und ich habe taima kennengelernt und herrn ecco du kennst herrn ecco den höchsten piraten unfassbar ich bin so unglaublich neidig auf dich er ist wirklich keine große sache um ehrlich zu sein ist er sogar ziemlich klein der unglaubliche ecco ich bin sein größter fan ich wünsche ich hätte ein souvenir von ihm ich kann ihm gerne für dich 1 für dich fragen hast du würdest du das wirklich für mich tun nur wenn du aufhörst mich andauernd auszutricksen alles was alles was du willst ich gebe dir mein wort alles klar super mit wem kann der edigan will das nicht haben akila war glücklich ach so gut die beiden da oben noch das wäre natürlich der letzte die letzte bastion die ich mir vorstellen könnte ansonsten kann es sein dass ich mit kaleb erst mal und ein kurs erschöpft und für den augenblick ist alles friedlich die sauer aus unerfindlichen gründen na gut ja mit einem von den fischern noch groß langsam erschöpft durch das ganze hin und her reisen dabei wollte ich eigentlich zu den piraten und dann will ich noch mal mit dem noo sprechen Der macht erst um neun auf, ne? Um zehn? Na gut. Ich warte jetzt noch. So. Oh, da kriegt man selbst Hunger, wenn Nicole die ganze Zeit am Spachteln ist. Jo. Fahre zur verbotenen Felsklippe und triff dich mit den Piraten Maras. Okay, weißt du was? Ich mach das so. So. Was? Muss ich nicht in die Ponyhöhle dazu? So, hier hin. So. Ich würde Napopo gerne eine Nachricht hinterlassen, aber ich weiß nicht, ob sie lesen kann. Na dann. Okay, ich hab das platziert. Mache weiter mit Koa. Bringe die Schatzkarte zu Regatta. Weiter. Koas. Okay. Koa, Akachi. Echo, größer Fan. Okay. Napopo, Künstlerin. Lizio. Sprich mit Taima. Oh, hier riecht's gut. Lecker. Gleich mal mitgenommen. Ja, also mit den Messages, mit den 91 Nachrichten mach ich mir jetzt keine große Mühe, die in Let's Play reinzusetzen. Aber. Das ist ja grausam. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Alanas-Pflanzen haben. Ah, diese Schweinchen. So. Da hinten. Ich brauch nur noch eine. Nichts. Na gut, okay. Dann gucke ich mal auf meine Heimat-Insel gerade ein bisschen rum. Moon, vielleicht kann ich dir was geben. Okay. Die Moon ist gerade am Schlafen. Dann lass sie auch mal in Ruhe schlafen. Macht ja Urlaub hier, von daher darfst du das auch. Jo. Was haben wir denn hier? Dünger. Ne, Erdbeersamen. Wunderbar. Und Dünger. Perfekt. Ähm... Chor, es war Drobe. Na super. Freut mich, dass ich fertig bin. Ah, perfekt. Okay. Dann bastel ich das jetzt mal nach. Hier ist auch einiges wieder fertig geworden. Wunderbar. So. Ja, du kriegst auch was zu essen. Perfekt. Jo, es ist an sich alles wunderbar. Mh... So. Küche. Paella nach Coat. Super, und jetzt zurück. Jetzt habe ich alles. Endlich. Endlich kann ich die Aufgabe fertig machen. Oh, super. Ähm, ja. Da muss ich die Folge umbenennen. Ich wollte eigentlich Vorbereitung auf das Piratentreffen machen, aber... Sieht ja nicht danach aus, dass ich das diese Folge noch schaffe. Na ja, mal gucken. So. Was ist da drin? Genau das, was du gesagt hast. Und Karotten und Erbsen. Das gehört nicht in dieses Gericht. Doch, dadurch ist es noch leckerer. Hier, koste es mal. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Ich bin mir sicher, dass es Noo schmecken wird. Du wirst schon sehen. Ähm... Noo, wie findest du meine Paella? Hm, sie ist gut, aber ich glaube, es fehlt noch ein Spiegelei. Und ein wenig Butter. Das klingt nicht wirklich lecker. Doch, dadurch wird es besser als zu. Besser? Du wirst schon sehen. Wenn es... Wenn es um die für Mara-typische Küche geht, bin ich ein echter Experte. Hm, okay. Äh, bereite eine Pelle nach Honosa zu. Lass sie davon kosten. Hier ist die Paella, genau wie du sie wolltest. Hm, köstlich. Warum ist das Noo? Kaleb, komm und koste sie auch mal. Nein. Oh, komm schon. Sie ist wirklich lecker. Ich mag sie nicht. Du bist ja ein echter Spießer. Ich mag nur mal traditionelle Paella. Schon gut, schon gut. Ich koche dir welche. Versprochen. Okay, die normale Paella. Warte mal, da kann ich doch direkt hier hin. Und ich wollte hier sowieso noch... Na gut, dann machen wir das so. Hm. Erinnere mich daran. Okay. Warum wollen die denn diesen ganzen Kram nicht haben? Hm. Ich verstehe es nicht. So. Naja. So, da muss ich nochmal runter. Was brauche ich denn für die Paella nach Coas Art? Paella nach Noas Art? Und das ist die normale Paella. Ah, Tomaten und Paprika. Ja. Hm. Reis, Tomaten, Paprika. Okay. Warte mal. Ich brauche normalen Reis. Da muss ich zu den Marktfrauen. Na gut, das kriegen wir hin. Das mache ich jetzt in dem... ...Part noch. Und dann würde ich auch sagen, wir hände ich... ...au mal langsam die Aufnahme. Wir haben... Ich bin heute gut vorangekommen in dem Spiel. Dafür, dass ich die ganze Zeit habe... ...so ein bisschen schleifen lassen. So, Karotten... ...äh, Tomaten, Paprika und Reis. Kann ich das hier kriegen? Okay, Reis habe ich. Tomaten, Paprika muss ich selbst anpflanzen. Das sollte aber auch kein Problem sein. Weil das Saatgut habe ich. Aber das muss dann einfach warten. Ähm... Ich muss jetzt nochmal zur verbotenen Felsinsel. Hallo, ich würde gerne... Ah, na gut. Ruhe, Ruhe. Es macht doch aber niemand Lärm. Nur zur Sicherheit. Von uns... Vor uns steht Koa. War das kleine Schiffsmädchen von Mara. Und sie möchte uns einen Vorschlag machen. Hallo. Schon seit einer ganzen Weile... ...wird Mara durch etwas Böses bedroht. Die Elits haben unsere Meere... ...mit ihren Bohrinseln verschmutzt. Sie vergiften alles, was in ihrem Weg steht. Wir müssen... ...wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Ich finde, was das Mädchen sagt... ...ist vernünftig und ehrlich. Wir sollten es uns zumindest mal ansehen. Macht ruhig, was ihr wollt. Aber belästigt mich nicht damit. Es ist nicht verboten, sich die Gegend... ...um die Bohrinsel näher anzuschauen. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir was tun oder nicht. Aber wir müssen jetzt etwas tun. Schon gut. Jeder ist damit einverstanden? Ich nicht. Ähm... Aber... Erid, gerade du. Ich habe Nein gesagt. Wenn sie Hilfe braucht, dann soll sie die Marine fragen. Richtig? Die hat bestimmt noch ein paar Mitglieder. Erid, du weißt genau, dass es die Marine nicht mehr gibt. Ich glaube, ihr seid die einzigen, die mir noch helfen können. Nur ihr seid stark genug. Nein, Kind. Du bist auf dich alleine gestellt. Piraten sind nicht dafür da, Leuten zu helfen. Erid, beim Barte des Piraten Grandlum. Würde er uns hier bei dieser Angelegenheit nicht helfen? Natürlich nicht. Er würde das entstehende Chaos nur für sich ausnutzen. Und das ist genau das, was wir auch tun sollten. Wenn Mara verschwindet, nun mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Mara existiert schon lange vor uns und wird uns überdauern. Das ist mir alles zu langweilig. Ich weiß, was wir tun können. Kein Pirat kann einer Wette widerstehen. Soll unsere Unterstützung noch der Wetteinsatz sein. Muss ich jetzt mit Saimi sprechen? Okay. Bevor ich aber jetzt hier weitermache. Würde ich gerne... Okay, ich spreche mit Saimi über das Wettrennen der Piraten. Mach weiter mit Koa. Bring Rigetta die Schatzkarte. Das mache ich doch jetzt gleich. So, wo ist die denn? Auch hier in Kata. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass es auf der Insel der Ruhe was ist, aber... Ah, die ist da unten. Na gut, dann spreche ich erstmal mit Saimi über den ganzen Kram. Und fahre dann mal weiter. Ich finde es schade, dass diese eine Piratin sich da so stark in den Weg gesetzt hat. Während der Lizzie auf meiner Seite war. Der andere hatte durchaus auch Spaß dran. Und die Rigetta war natürlich auch auf unserer Seite, weil wir ihren Gefallen getan haben. Ach je, ich weiß immer noch nicht, wem ich dieses Essen da bringen soll. Noch. Den Bewohnern von Quellis, ja. Oder Mara. Den Bewohnern von Quellis. Könnte ich mir bei der Band helfen? Ja, nö. Irgendwie... Weiß ich da nicht so ganz, wem ich das noch geben soll. Ich habe mit allen Leuten gesprochen, die ich kannte. Warte mal, ich kann ja mal jetzt mit der Akaji sprechen. Vielleicht nimmt ihr das jetzt an. Und der Saimi hat es gefallen. Die mal schmutzig werden. Okay, du willst es nicht. Schade. Gerade jetzt, wo die schöne Melodie angefangen hat. Unsere Stationen sind perfekt. Okay, ich mag die nicht. Na, super. Wenn ihr wusstet, was auf euch zukommt. Ihr Elits. Ihr Lümmel. So, Omi. Hallo Saimi. Wie geht es mit deinem Kampf gegen Edis voran? Darüber wollte ich mit dir rechnen. Ich muss an einem Wettrennen teilnehmen. Die Piraten wollen mir nur helfen, wenn ich einen von ihnen besiege. Ist dein Gegner denn so gut? Ja, ihr Name ist Ereti. Sie ist eine sehr junge und entschlossene Guido. Ereti? Jetzt Tochter? Irgendwo habe ich ein Foto von ihm. Schau mal, das ist Jed. Und das ist deine Großmutter. Oh, sie sehen so jung aus. Ja. Wir waren alle jung. Ich mag es, euch alle zusammen zu sehen. Erzähl mir, was ist dein Problem mit Ereti? Ich muss gegen sie antreten, aber ich weiß nicht, was ich als Wettseinsatz bieten soll. Ich habe hier ein paar Dinge, die vielleicht nützlich sein könnten. Ein paar Andenken aus alten Zeiten. Was ist das? Jed's Grammophon. Es spielt klassische Musik, Melodien aus Maras Vergangenheit. Es ist ein schönes Andenken an Jed und das einzige Erinnerungsstück von ihm, das ich noch habe. Jed war ein Rabauke, aber ein guter Guido. Er liebte Ereti sehr. Er redete ständig über sie. Es tat ihm sehr weh, dass er sie wegen seiner vielen Reisen so selten sehen konnte. Aber die Mission der Marine war ihm so wichtig. Er half vielen Leuten während seiner Zeit mit uns. Vor ein paar Jahren jedoch verschwand er. Macht es dir nichts aus, wenn ich es mitnehme? Mach dir jetzt darüber keinen Kopf. Es wird bei Ereti sicher auch schöne Erinnerungen wachrufen. Ich denke nicht, dass ich es vermissen werde. Bitte. Wenn du es behalten könntest, würde mich das auch sehr glücklich machen. Keine Sorge. Gut. Alles klar. Wunderbar. Jetzt kann ich doch mal weitermachen. So. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich das, was es mit dem Gericht auf sich hat. Okay. Dem habe ich das gegeben. Der Saimi auch. Die will davon nichts wissen. Die beiden da oben an der Quelle auch nicht. Trotzdem würde ich da gerne nochmal hin und meinen Tank auffrischen. Die Karotten möchte ich jetzt ungerne essen. Aber es war ein gesundes Essen. Eine Brombeere, eine Karotte und zwei Kirschen. Dann würde ich meinen Tank nochmal auffüllen. Dann gehe ich gleich nochmal im Boot schlafen. Und werde dann mal hoffen. Na, ich will jetzt eigentlich, wenn ich schon hier bin, würde ich schon sehr gerne im Pilzsuppe. Danke und so. Und so ist lieb. Wir sind ja seine Schülerin. Dementsprechend passt das schon. Jo. Okay, für den Augenblick ist alles friedlich. Ah, das hast du super gemacht. Ups. Ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es vielleicht unten am Strand noch irgendwo was ist. Aber Bram und Mayo, die wollen nicht. Ansonsten wüsste ich halt auch nicht, wem ich das geben könnte. Ich glaube, ich nehme noch was davon. Okay. Mein Bein ist taub geworden. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, das ist doof. So, okay. Mein Hund kann Reden und Kunststücke machen. Was für ein hässlicher Köter. Ey, der ist nicht hässlich. Das ist ein lieber Hund. Na gut, dann ist es so. So, geh, du bist doch kein hässlicher Köter. Bist du ein lieber Hundi? So, okay. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wunderbar. Kind, kauf etwas oder mach dich vom Acker. Du hast auch nichts. Warte mal. Die kauf ich mir nochmal. Mit dir kann ich auch nicht sprechen. Ich muss mich gesünder ernähren. Ich schaffe das. Ja, das kriegen wir hin. Nico ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja, schlafen wir mal im Hotel. Warum eigentlich nicht? Tut nicht weh. So, die hat den Zimmerschlüssel verloren. Okay. Nichts sehe ich fantastisch aus. Pipapo. Ah, ich weiß echt nicht, wem ich das Gericht alles noch beibringen muss. Naja. Okay. Ich muss jetzt mit der Regatta sprechen. Stein der Naturgeister. Jetzt muss ich in diese Richtung. Ja, Stern bedeutet Tier. Aber ich kann mich nicht um alles kümmern. Offene See. So, wen haben wir denn hier? Mitternachtsinsel. Das sieht gut aus. Ähm, trotz alledem. Ja, ja, hat mir von Leuten erzählt, die Schiffbruch erlitten. Aber Mara hat sie immer gut behandelt. Ja, das stimmt. So, was steht hier? And so I'm sitting on my island. Forgot to fly and unable to swim. Alles klar. Und so sitze ich jetzt auf meiner Insel und habe vergessen, wie man fliegt. und ich kann auch nicht schwimmen. Na, super. Ich würde sagen, dann sitze ich hier wirklich fest. Vögelchen! Vögelchen! Graben, graben, graben. Ah, Gold. Ui, ganz viele Sachen. Ich glaube, der Film ist schon voll. äh, ein Schiffswrack. Was für ein romantisches Abenteuer das gewesen sein muss. Ja, ich weiß nicht. Wenn man wirklich Probleme mit dem Schiffswrack hat, glaube ich nicht. Ah, was macht ihr denn hier? Das Meer jagt mir Angst ein. Ein talentierter Koch fürchtet sich nicht vor einem schwierigen Gast. Na komm, Kopf hoch. Was? Wenn du die besten Zutaten haben willst, dann musst du selber zusammensuchen. Können wir wieder zurück nach Hause? Alles klar. Hier will, der will also seinem kleinen Schiffslehrling zeigen, dass man kochen, ähm, wie man Fische fängt. Ja, Abraham muss das kennenlernen. So, was haben wir denn hier? Holz. Müll. Wunderbar. Und ganz viele Sachen. Freut mich. Aber warum wird denn auf der Insel angezeigt? Das kann doch nicht sein. Das kann echt nicht sein. So, bringe das zur Regatta. Die muss hier sein. Die Frage ist, wo ist die? Dann bin ich mal da hin. Ich bin zurück. Gib einfach auf. Dein Boot kann es nicht mit meinem aufnehmen. Ich habe das beste Boot Maras. Es gehörte der Kapitän in der Marine. Dass ich nicht lache. Was ist dein Wetteinsatz? Ich habe dieses alte Grammophon mitgebracht. Interessiert es dich? Wo hast du das her? Von einer Freundin. Ihr Name ist Zaini. Zaini? Sie war eine Freundin deines Vaters und meiner Großmutter, Haku. Du bist Hakus Enkelin und du wagst es hier aufzutauchen? Mein Vater hat niemals aufgehört, über seine Kapitänin zu reden. Über deine alte Haku. Hey. Gut. Ich werde gegen dich antreten. Ich bin hier bereit, diesen Kristall zu riskieren. Der Kristall für das Tor. Er gehörte meiner Großmutter. Das wusste ich. Ein Bote vor einiger Zeit. Ein Bote vor einiger Zeit nach meinem Vater gesucht. Was? Stattdessen fand er mich. Er hat mir das hier gegeben. Ein Brief und eine verwirrende Nachricht. Eine Art Kristallkugel. Und ein paar Anweisungen. Wenn du ein Mädchen aufsuchst, gib ihr die Kugel. Aber ich bin nicht mein Vater. Gib sie mir sofort zurück. So funktionieren die Dinge hier aber nicht. Du musst sie dir verdienen. Was würde dein Vater von dir denken? Mein Vater? Mein Vater hat mich schon vor Jahren verlassen. Wegen der verdammten Marine. Wegen seiner Besessenheit, die ganze Welt zu retten. Dabei hat er das Wichtigste völlig vergessen. Mein Vater ist ein Anker. Den ich schon vor langer Zeit gekappt und über Bord geworfen habe. Aber kein Aberkind. Wir beide sind Kinder von Matrosen. Akzeptiere es. Denen war das mehr wichtiger als wir. Das stimmt nicht. Soll die Kapitäne meines Vaters dir doch helfen. Denn ich werde es nicht. So, okay. Ähm. Ähm. Okay. Wow, ist sie schnell. Holy. Damn. Das ist ganz schön schnell. Warte mal, das kann ich nur machen, wenn ich... Oh, ist das gemein. Warum ist sie so schnell? Oh, komm schon. Ach, ich habe es gewusst. Jetzt gehört das Kramofon mir. Immerhin habe ich es versucht. Ich brauche trotzdem deinen... Brauche trotzdem deinem Stahl. Niemals. Ich komme zurück. Wenn ich verliere, komme ich wieder zurück. Und ich werde wieder und wieder zurückkommen, bis du ihn mir gibst. Sei nicht so stur. Irgendwann gibt jeder auf. Du wirst auch nicht anders sein. Ich gebe nie auf. Hast du denn keine Familie? Geh zu ihr zurück und komme nie wieder zurück. Ich habe viele Freunde. Ich habe kleine Tiere. Und ein paar ungezogene Seemöwen. Das ist meine Familie. So ein Unsinn. Du bist völlig allein. Ha! Ich habe eine Idee. Was hast du gesagt? Ich bin gleich wieder da. Und du wirst den Kristall noch einmal verletzen. Ah, eine Blume. Okay. Ähm. Trotz alledem würde ich gerne... Ich kann wissen, wo die Dingsbums hin ist. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kur ist bestimmt nicht allein. Ähm. Ich will mal gucken, wo die jetzt hin ist. Das kann doch nicht sein. Das ist aber ganz schön krass. Das ist ganz schön schnell gewesen. Ich hätte gedacht, das könnte mir wenigstens so einigermaßen gewinnen, aber... Na gut. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Und eine von diesen Blumen ist gerade dabei, die ich... ...abernten kann. Ne, natürlich nicht. Es war so klar. Es war so klar. Na gut. Ähm. Ich würde sagen, ich beende den Part. Der ist noch ein bisschen länger geworden als gedacht. Also von daher. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ähm. Euer Graf Walner. Tschaui. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR